Bringe deinen Beruf in Einklang mit deiner Freude und lebe in diesem Moment. Diesen Erfolgstipp habe ich von Schauspielerin Maud Hurst bekommen. Genau darum geht es in meinem heutigen Blogbeitrag. Die Antwort auf die Frage, wie kann ich denn Freude generieren bei dem, was ich tue? Und wie kann ich als Führungskraft ein gutes Vorbild sein? Ein Leader statt einem Manager. Ich gebe dir drei Tipps mit, die ich von Horst Schulze, dem ehemaligen Gründer von der Ritz-Carlton-Hotelkette mitbekommen habe. Die er als Wichtiges sieht, um ein Leader, um eine Führungskraft in seinem Beruf, in seinem Unternehmen zu sein. Wenn dich interessiert, was Horst gesagt hat und was du noch lernen kannst, um noch erfolgreicher, effektiv und eine bessere Führungskraft zu sein, dann klick dich jetzt rein auf www.normen-graeter.com Eine Führungskraft zu sein. Vielen Dank.